So, jo Leute, willkommen zu einem kleinen Video und zwar wollte ich nur ganz kurz angesagt haben, dass ich jetzt auf Twitch streamer und zwar heiße ich da twitch.tv slash fizz unterstrich hd. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf YouTube streamen und wenn denn auf beiden Plattformen gleichzeitig streamen, also Multiple streamen. Und ja, das wollte ich nur kurz angemerkt haben, folgt mir da gerne, ab 50 Followern gibt es die Verlosung, weil ich dann auf Twitch Affiliate bin. Das heißt, man kann subscriben, zum Beispiel Twitch Prime oder so und ja, das wollte ich kurz angesagt haben, folgt mir gerne und ja, haut rein.